So, weiter geht's hier. Wir machen auch nicht mehr heute und deswegen... Kümmern Sie sich um sie! Überlassen Sie die Feinde mir! Hier! Das mal! Nee, ich würde es hier mit kommen gehen. Und Schuss! Die Decke stürzt ein! Leon, Hilfe! Weg mit euch, ey, wirklich! Der hat ja auch nicht mehr langes zu leben! Komm her, so weg einfach, so easy pop easy, das alles, ich find's so easy, ach ja, das ist der rechteste Teil, der Serie. Das ist mir eh wegschieben, das ist da. Tschüss. Spuckviecher, ey, wie ich euch hasse. Debra, haltet euch, wir sind fast da. Debra, alles wird gut, okay? Nein! 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 Debra! Nein! 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 Oh, bitte, das darf nicht sein. Die. Jesus. Ada. Haben Sie einen Geist gesehen? Ada, was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Aber das ist weder die Zeit, noch der Ort. Diese Stege halten nicht. Wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Deborah. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von ihr! Halt! Nicht schießen, bitte! Deborah besiegen. Alles klar? Debra! Halt! 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 Debra, wo bist du? Jetzt bin ich mit Ada unterwegs. Bitte nicht falsch verstehen, das klärt sich später. Und rüber. Was ist das? Das war schon klar. Sie sollten sie erlösen, wenn sie einen Funken Mitgefühl haben. Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Was ist hier, Mann? Jawoller. Alle an Bord! Hoffen wir, dass wir da gefahren werden. Da würde ich nicht mehr... Echt wie Encharted, ey, so ein bisschen. Ja. Hör auf, Deborah! Das bist nicht du! Komm, Deborah. Wir bringen so much Sand. Ja. So. Geheilt. Wo taucht es auf? Ja, ich bin so blöd und sehe das nicht. Duhu! Aber das ist der Fall. Keine Anwärme. Das ist der Fall. Oh, Mann. Ich bin so schade. Ich bin so schade. Ich bin so schade. Die sind so schade. So, hier ist der Fall. Debra! Keine Tränen mehr, bis ich dich gerettet habe. Keine Tränen mehr, bis ich dich gerettet habe. Ach, dafür wird er teuer bezahlen. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Nicht mehr. Ich werde dich hier rausbringen, Debra. Debra, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein. Nein, lass die laufen. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Nicht meine Schwester. Nimm mich. Bitte. Ich tue alles. Bitte. 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 Du siehst nicht. Debra! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlassen. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strittenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... So, Kapitel 2 geschafft. Wunderbar. So, ähm... Was immer denn? Schöne Lamatrophäe Auf jeden Fall würde ich sagen Schöne Lamatrophäe